Luss macht Lichter macht die Lichter macht die Lichter macht die Lichter die in meine Fackeln ich habe keine Fackeln die hast du selber in die Kiste gelegt nein wird nicht Aaaaaaah was für Fackeln ja ja hast du gerade 64 ausgetan da ihr Steckdosenbefuchter ich hab heute zwei Öfenschauende Schnuggelchen na wie ist es im Ofen Aaaaaaah Aaaaaaah also Lexi spinnt schon den ganzen Tag rum nicht wundern und Fluby ist total gechillt mhm oh der sagt schon den ganzen Tag nix warum auch immer ich wurde aus Dach nein nicht auf meiner ich bin auf dem Rock Rock hab ich gesagt Prozent so auf Ersten was jetzt hier und nicht doch du und das war alles dort ja ich wollte auch was nee du musst die Lichter baut ha 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 ich nehmen sich gar nicht doch muss doch auch gesagt er sagt dass er sagt dass ich gesagt ja ich hab's gesagt schon mit meinem Vater oder ey über den Schnauzen los macht die Lichter macht die Lichter macht die Lichter macht die Lichter oh die Mende Fackeln ich hab keine Fackeln die hast du selber in die Kiste gelegt nein oder nein wird nicht a 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 die und was er hat er hier die wer einfach mal das wieder da er in der nachdem er will ich nicht mehr der Karte an der Karten die Karten wieder nein nein ich hab keine ein das was tut und sich nicht wenn ich nichts geplant Loll, du platzt nix auf das Geld weg! Nö, hab ich irgendwie wirklich grad nicht so geplant, so mäßig. Ach, Tommy. Was? Oh, yeah. Ach, ich bin ein bisschen gechillt. Kann man dir das Fronch kraulen? Nein! Nein, was nein? Ich wollte die Ding jetzt wieder richtig hinsetzen. Kann nicht sein. Wenn er es nicht wieder kaputt macht. Wenn er das kaputt macht, dann... Trätest du ihn? Das ist die Kacke am Dampfen. Du trätest ihn. Also Leute, nicht wundern, wir sind alle grad ein bisschen geflasht. Werkt man glaub ich? Wir sind geflasht. Wie war das denn jetzt nochmal? Das ist doch wohl ein schlechter Witz, ey. Naja, ich finde ihn gut. Jetzt hat der Pfosten das kaputt gemacht. Jetzt kommt auch noch... Es kommt auch immer. Das war die Schnauze! Okay. Niemand mag recht deine Artgenossen und deine Viecher, die du hier zeugst, ich schnauze. Schnauze! Schnauze halten! Okay. Schalte, ich verpiss mich jetzt mal hier so ganz hart am Sporen. Tschüss! und heute fängt er auch mann ne bitte nicht ich werde jetzt ausziehen werde ausziehen jetzt jetzt fängt der Kollege an wiederum zu spinnen mit seinem verkackten Spiel dessen Sächtig mit dem Call of Duty MW 3 da konnte ich schon wieder mitten ins Gesicht reden dafür und verbraucht sein Schein mein Schein mein gutes Internet mein gutes Internet mein juli in der Welt ist ja ein Käse Alter es gibt häufig Maragde Kartoffeln weil ich nur mal so erwähnt haben 2 2 pro Steck und ich habe jetzt schon 20 Maragde Luhl macht Diamanten Diamanten macht so viele Diamanten ne ich mach Erde da brauchen wir sowieso mehr als jemand vielleicht mal ein Grasblock ein Grasblock das hättest wohl hier wieso denn nö weil du ein Blexi bist wieso denn nö ich hab dir den Glück gesagt frag nicht so doof wieso denn nö warum nö 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 n brauchen wir so zu nö ja zu spät ich habe nur Erde gekauft nö nö das mit keinem Block gesagt das wäre ja gesagt ich habe ja gesagt ja du hast ja gesagt was ist ja für Block nö 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 und zu erst in rápоном nö nö komisch iPhop Rec Tromling hier toll was machst du denn schon wieder er hat mich vor gut runter gesprungen aus versehen nicht aus versehen ich will meinen sand ich will meine glascheibe wieder haben die ersetzte mir hättest du gern ich zeige dir wo der Buh hängt du wirst du wohl gern ne ich will es mein Gras und man macht mein Gras aber Gras einfach und der Schokolade ich will aber ich will ich will aber warum man mein mein Sand für den Armwärtschwerden dafür habe ich damit geboten für meinen Sand Kürtel haben nicht zu sagen aus der Kölner oder oder auch der Bestattung ja ich habe schau dich mal an ja ich bin ein Penguin ich darf doch mal schauen das ist der Unterschied zwischen uns beiden aber die gibt es aber Gesichtswald mein Freund war schmuck ey mein Freund ich habe eine Freundin was sagst du schmuck ich habe auch eine Freundin in deinem Träumen ne hab ich wirklich ich kann ich nämlich nicht mehr mit dir reden lassen ja voll das war ich dann so zu ihr ey du besplexe Freundin das ist wegwürdig so ey du bist bescheuert ey was machst ich mit dem ey nämlich schmuck ich schmuck ich hast du so zwei Freundinnen ja genau weil ich nicht einfach so ein Zuhälter ey was will ich denn mit der zweiten hier die eine da kannst du ganz besondere Dinge dran machen und dann der anderen ist einfach nur zum Schall schein als Zuhälter mäßig das ist quasi die Küche kochen und waschen genau das ist Prozent wird dass seine Freude wird bei Freude a reichlich jetzt habe ich sich jetzt habe ich dich wieder zu sagen dann sagt meine Freundin nur ja das ist mein Schatz 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 sie sagt dann nur das ist mein Schatz also ich würde sagen du scheiß Penner wie kannst du es nur aus deinem herangewachsenen Mund erzählen dass du mir schnettel dass du ne zweite brauchst und dann auch noch von so einem Vollidioten ins Wort reden lassen oh nein so kenne ich dich ja überhaupt gar nicht ähm was hast du gesagt haha ich glaube wenn ich da so mit meiner Freundin reagieren würde so äh was hast du gesagt ja mit so ne Schutte kriegen Gubusch aaaah was hab ich denn gemacht du hast gesagt zweite Freundin aber das war doch nicht böse gemein und dann knallt sie dir nochmal eine weil du es nochmal gesagt hast das wäre so fies boah ja Flummi was ist los Mix ich bin grad voll konzentriert die Schafe hier am Scheren ja hätte ich jetzt aufgesagt du kannst aber voll konzentriert dein Dach abbauen bei deiner Luft hängt stimmt du hast immer noch dein Dach stehen auf dein Feld in der dritten Folge wolltest du das schon abmachen oh ja das war geil in der ersten Folge naja so cute so cute so cute so beautiful day to me my lover falscher Film falscher Film warum weil es einfach fiescher Film ist und ich hab zu wenig Erde scheiße naaa musst du noch malen was hast du jetzt gerade 200 Erde geholt fast ja ja wie kommst du dann damit nicht hin bitte weil ich's kann ne ne ich kann ne so ne hirnristige Aussage wie alles andere normal oder ich ach genau normal jetzt kommt's immer besser alter normal sagt er normal sagt er gleich eins aufs Maul das ist normal Dekka du kannst auch gleich mal eins aufs Maul kriegen wenn du jetzt so spaltbar deine Lichter hier baust ich baue grad den Boden ne mach mir nicht schon duft an von der Seite du hast angefangen leck mich leck mich sofort willst du ein Fixflug-Overdack gegen das Gesicht ne aber in den Arsch in den Anus in den A Anus, Petrus, Sabadidos Sabadich nicht ins Hemdfuß was gut gemacht Rico oh und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln ich sagte 10.000 perfekt